Hi, willkommen zurück. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir hier diese Vertrauenslogos auf die Produktdetailseite bringen können, weil ihr kennt das von ganz, ganz vielen anderen Internetseiten, ob Zalando oder Otto oder wo auch immer. Das hier hilft auch ein bisschen, die Conversion-Rate zu verbessern, weil ich weiß, wie schnell geliefert wird. Ich weiß, wie die Versandkosten sind. Ich weiß, dass ich das zurückgeben kann. Und das ist schön, dass man das hier darstellen kann. Und wie das geht, zeige ich dir in diesem Tutorial. Schritt für Schritt. Ich werde das jetzt erstmal alles löschen. Und dann gucken wir uns an, wie das geht. So, jetzt habe ich das komplett entfernt. Und jetzt zeige ich dir Schritt für Schritt, wie wir diese Logos hier einbinden. Also, wir gehen auf Code bearbeiten. Und dann brauchen wir grundsätzlich, müssen wir in drei Dateien Eingriff nehmen. Also, zum einen in die Theme.Liquid. Dort müssen wir unsere Custom CSS-Datei einbinden. Dann haben wir in der Main.Product, das ist hier dieses Template, was dafür sorgt, dass diese Sachen hier dargestellt werden. Und wir haben natürlich noch unsere Custom CSS, die jetzt erstmal leer ist. Das heißt, als erstes legen wir mal so eine Custom CSS-Datei an. Und dazu gehen wir in die Theme.Liquid und suchen irgendwo. Einfach markieren alles und dann suchen wir nach irgendwo, wo etwas mit CSS steht. Wir sehen jetzt hier in der Zeile 219 sehe ich jetzt hier mal so eine Base.CSS. Und die kann ich mir dann kopieren. Das habe ich hier schon gemacht. Und dort habe ich dann eine Custom CSS-Datei verlinkt. Ich kann hier so viele CSS-Dateien, wie ich möchte, verlinken. Ich kann jetzt hier was schreiben. Und dann sage ich Shopify, hey, ich habe noch eine zusätzliche Styling-Datei. Und diese Styling-Datei heißt dann, ja, meine neue CSS-Datei zum Beispiel. Ja, habe die hier. Kann das dann speichern. Und dann gehe ich hin unter, hier in meinem ganzen Baum, unter Assets. Und kann hier ein neues Assets hinzufügen. Und die nenne ich dann halt auch meine neue CSS-Datei. So, und dann drücke ich auf Fertig und dann habe ich eine neue CSS-Datei. Aber das habe ich hier in dem Falle schon gemacht. Deswegen, wir haben hier schon diese Custom CSS. Und dieses kleine Kürzel ist einfach nur dafür da, damit ich nicht irgendwas überschreibe, etc. Falls hier in dem Theme schon welche nachgedacht haben und auch mehrere CSS-Dateien angelegt haben, dann nehme ich immer einen Kürzel vom Projekt, einfach um sicher zu sein. So, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, wir müssen erstmal das ganze Grundgerüst in unsere Product-Form hier reinkippen. Und dann untersuche ich jetzt erstmal, was ist denn, wo will ich das hinhaben. Ich will das ja hier unter diesen Knopf haben. Und dieser Knopf, das ist hier der Payment-Button. Submit-Button, Product-Form-Buttons und der Payment-Button. Und jetzt suche ich also in dem Theme, wo habe ich diesen Button. Ich habe das natürlich jetzt hier schon rausgesucht. Aber in der Regel ganz einfach ist, wenn du es unter einem Payment-Button haben möchtest, dann such mal nach Payment-Button. So, dann gehen wir hier hin, drücken auf Next, sehen hier Payment-Button, OK. Das heißt, hier endet die Produkt-Form. Und da will ich praktisch meinen Code hinhaben. Also den Code, wo die Dateien dann drin sind, wo die einzelnen Icons da drin sind. Ich kopiere das mal hier rein und dann gehen wir das mal einzeln durch. So, jetzt habe ich folgendes reinkopiert. Das ist hier ein Kommentar in Liquid. Das ist einfach nur dafür da, damit man weiß, wo man denn hier rumgewurschtelt hat. Und das nenne ich mal Trust-Icon Start und Trust-Icon End. Kommentar fängt immer an hier mit so einem Prozentzeichen, Comment, Prozentzeichen und das gleiche hier. Und da drin sieht man, OK, was ich gemacht habe. Jetzt drücke ich mal ganz kurz auf Speichern und dann schauen wir uns mal an, was bis jetzt passiert ist. Wir sehen jetzt hier, sind ein paar Vertrauenslogos da, aber das sieht ein bisschen komisch aus. Hier ist also ein gebrochenes Bild. Ist ja auch ganz logisch, weil ich habe noch gar kein Bild hochgeladen und wir sehen, wie das jetzt hier aussieht. Jetzt werde ich als nächstes die CSS-Dateien mal reinladen und dann werden wir sehen, wie es dann aussieht. Alle Dateien werde ich verlinken. Du kannst das komplett übernehmen, aber ich werde das auch alles einzeln hier erklären und gleich auch im Splitscreen. Jetzt haben wir schon mal einen Border hier drum und wir haben schon mal die einzelnen Punkte hier ordentlich formatiert mit einem Icon, was jetzt noch fehlt. Und jetzt zeige ich dir Stück für Stück nebeneinander, wie das funktioniert. Jetzt habe ich die Ansicht ein bisschen verändert, damit wir das besser sehen können. Und jetzt gehen wir das mal alle einzeln durch. Hier erstmal in der Main.Product. Wie gesagt, ich bin im Dawn-Theme. Das kann bei dir woanders sein. Du musst immer schauen, wo wird denn hier deine Produktdetailseite gerendert. Dann haben wir hier eine ganz einfache Klasse mit Sales Points. Dann sind die einzelnen Punkte hier drin. Und dann haben wir einmal noch eine Span-Klasse, Icon und Text. Zeige ich dir auch später, warum das wichtig ist. Und dann haben wir eine Klasse mit Icon. Mit meiner Datei. Und danach noch eine Span-Klasse oder ein Span einfach nur mit dem Text hier, damit das so da steht. Ich habe sehr viele Methoden ausprobiert. Aber die war für mich die beste. Zeige ich dir auch gleich, warum. Weil ich das nicht mag, wenn hier was umbricht. Das darf niemals hier unter dem Icon sein. Das muss immer schön hier untereinander sein. Deswegen ist das die Methode. Es gibt wahrscheinlich zig Wege nach oben. Aber das ist die, die für mich am besten funktioniert. Und die auch für mich auch mobil am besten funktioniert. Okay. Das sind also ganz einfach. Das ist einfach nur ungeordnete Liste. Deswegen waren ja vorne auch diese kleinen Pünktchen da, die jetzt weg sind. Dann haben wir ein Listen-Element und so weiter. Das ist also ein Punkt. Das kannst du unendlich oft hier kopieren. Dann hast du noch einen. Wenn du jetzt auf Speichern drückst. So. Jetzt haben wir noch einen vierten Punkt. Aber wir bleiben jetzt mal bei den Breien. Und dann zeige ich dir, was als nächstes kommt. Jetzt brauchen wir natürlich noch Icons. Und wo bekommst du die Icons her? Um Icons zu finden, kannst du zum Beispiel bei Flat Icon draufgehen. Das nutze ich zum Beispiel. Oder auf Icons 8. Wichtig ist nur, dass die Icons alle irgendwie eine gleiche Strichstärke haben. Dass die halt so harmonisch miteinander funktionieren. Das ist das einzig Wichtige. Ich zeige dir das mal hier auf der rechten Seite. Da habe ich jetzt schon drei Icons ausgewählt. Und hier kannst du das auswählen, was du brauchst. Zum Beispiel ein Hard für ein Herz. Dann kannst du dir eins aussuchen und probieren. Okay, passen die miteinander? Ja, das geht. Da ist die Strichstärke gleich. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sowas hier benutzen würde. Das würde sehr, sehr stark auffallen, dass das hier nicht funktioniert mit diesen Icons. Da würde ich echt aufpassen. Weil das sieht dann im Zweifel ganz doof aus. Deswegen da immer darauf achten, dass du Icons aus einem Set dir holst. Das ist dann viel, viel besser. So, haben wir die Icons jetzt hier. Das würde passen. Aber wir bleiben bei denen. Und wie laden wir die Icons da hoch? Und gehen wir einfach in unseren Einstellungsbereich auf Dateien und dann auf Datei hochladen. Und dann laden wir die Icons hoch. Ich habe das hier schon gemacht. Und jetzt werden wir die Icons einzeln verlinken, damit das hier dann nicht mehr so aussieht, wie es vorher aussieht. Deswegen wechsle ich jetzt wieder zu der anderen Ansicht, damit wir wieder die beiden Webseiten nebeneinander sehen können. Und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt haben wir wieder die andere Ansicht. Und jetzt zeige ich dir, wie wir hier diese Icons verlinken. Ich muss mal hier wieder auf Aktualisieren drücken. Und dazu gehe ich hier hin. Und dann sehen wir hier die Source, meine Datei, SVG. Und hierzu kopiere ich mir dann den Versand. Einmal auf Delivery. Klicke hier drauf und suche, wo es ist. Setze das hier rein. Habe dann diese URL von Shopify. Mache das gleiche nochmal mit Fast. Jetzt sind die Icons richtig herum. Und wir können uns darauf konzentrieren, wie wir das hier im Styling aufgebaut haben. Jetzt schauen wir uns im Einzelnen mal die CSS-Datei an, was ich hier gemacht habe. Das ist zum einen die Sales Points. Das sind die einzelnen Punkte hier. Das ist ein Sales Point, das ist ein Sales Point und das ist ein Sales Point. Und da habe ich erstmal gesagt, dass der List sein Nun ist. Das bedeutet, weil wir ja Listen-Elemente haben hier. Wenn ich das jetzt wegmachen würde, würdest du sehen, was passiert. Dann hätten wir hier diese ollen Punkte. Die wollen wir nicht haben. Dann haben wir als nächstes die Schriftgröße. Das ist 15 Pixel. Das ist hier das. Und dann haben wir die Font Weight, also die Schriftdicke. Die ist hier auf 500 gesetzt. Da kannst du auch schreiben, was du willst. Dann haben wir einmal die SVGs. Das ist eine Sache, die habe ich nur in manchen Browsern gesehen. Also erstens habe ich gesagt, diese Icons sollen ganz an der linken Seite sein. Und das Zweite, was ich gesagt habe, ist, die sollen eine Mindestbreite von 25 Pixel haben, weil ich gesehen habe, bei manchen Browsern ist das so, wenn man das Bild kleiner skaliert, werden die Icons kleiner. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich das weggemacht. Jetzt haben wir noch eine zweite Sache. Dann habe ich hier einmal das hier. Das ist ein Fehler. Das ist ausschließlich vom Dawn Theme. Das kann ich dir auch mal zeigen, was dann passiert, wenn ich das rausnehme. Nämlich diese ungeordnete Liste. Dann würde das nämlich hier irgendwie so ganz komisch sein. Dann hätten wir hier so einen Leerraum. Der gefällt mir auch nicht. Deswegen da rein. Du siehst, du musst bei jedem Theme noch ein bisschen was machen. Das sieht in den Videos immer so leicht aus. Ist es aber nicht. Man muss die Fehler dann immer einzeln finden. Und das dauert Zeit. Dann haben wir hier einmal, damit das Icon hier in der Mitte ist, und damit die Schrift auch so wunderschön hier mit dem Icon bündig ist, in der Mitte, so horizontal, haben wir einmal Display Flex und einmal Align Items Center. Wenn ich Display Flex wegmache, dann wirst du schon sehen, was passiert. Denn dann haben wir das, was wir nicht haben wollen, nämlich, dass dieser Text hier unter diese Icons rutscht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und wenn ich das hier wieder mache und dann das Align Items Center wegmache, dann siehst du auch, was passiert. Denn dann hängen die Icons hier oben, und das wollen wir auch nicht. Wir wollen die hier in der Mitte haben. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Das kannst du machen, wie du möchtest. Aber ich mache hier auch, was ich will. Und jetzt sind die Icons schön in der Mitte. Und so wollen wir es haben. Dann noch eine kleine Sache. Wenn du diese Borders hier nicht haben möchtest, ich habe das jetzt hier in so ein Ding gepackt, weil ich habe hier eine mehrzeilige Darstellung. Deswegen habe ich hier noch einen Rand drum gemacht. Den musst du nicht haben, den Rand. Den habe ich hier hingemacht, die Sales Punkte. Wenn ich das jetzt hier alles wegmache, dann wirst du gleich sehen, wie es aussieht. Das hier wird dann aber so aussehen. Und ich bin nicht sicher, ob das jetzt besser ist. Dann müsste man hier noch Abstände reinmachen, etc. Ich habe dir aber noch eine formatierte Datei reingelegt, die du dann nutzen kannst, um zum Beispiel, wenn es einzeilig ist, dann geht es. Dann brauchst du diesen Rahmen nicht. Aber wenn es zweizeilig wird, dann würde ich sagen, mach es lieber mit Rahmen. Ansonsten sieht es ein bisschen komisch aus. So, dann machen wir nur noch das Letzte. Was wir haben, ist, wir wollen ja hier, damit die Ränder hier nicht doppelt sind, habe ich bei dem allerletzten praktisch den Rand hier dran gemacht, aber bei den anderen nicht. Und dann haben wir nur noch zwei Dinge zu tun. Einmal, wie groß wir die Icons haben wollen. Ich habe die jetzt auf 25 Pixel gemacht. Du kannst machen, was du möchtest mit den Icons. Und ich habe denen einen Abstand gegeben von rechts, weil wenn ich den Abstand wegmache, dann klebt hierher der Text auch direkt an dem Icon. Das wollen wir auch nicht. Und das Letzte ist hier, das ist aber nur speziell für das Dawn Theme, was mir aufgefallen ist, wenn ich das hier wegmache, diese Product Form, das ist dieser Knopf, der geht dann nicht über die gesamte Breite. Wissen Sie, hier, der ist dann nicht über die gesamte Breite und deswegen habe ich hier noch extra eine, einmal was überschrieben, was vom Shopify Theme selber kommt, damit das alles hier schön bündig ist. Wunderbar. Und das ist das, was ich dir hier zeigen kann zu den Trust Icons. Super leicht, super effektiv und schnell eingebaut. Wie gesagt, nicht komplett leicht, weil man muss es hier schön formatieren, aber hat einen riesengroßen Effekt und würde ich sagen, viel Spaß dabei und ganz lieben Gruß bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.